weiter geht es was glaubst du wie lang den jetzt durchhalt nicht mehr lange seine letzten tage sind gezählt da unten ist munitionskiste diese munitionsknappheit obwohl viele werden jetzt sagen ist nicht nur knapp aber ich bin gewöhnt dass ich etwas mehr habe das ist schon etwas heftig was machst du hier ich bin schon wieder da ausgestattet hier hier Zielen sich! Rücken näher! Vorsicht, Nahkämpfer! Oder, der will zu dir! Er hat Mascher! Lade nach! Ja, kommt schon. Augen auf! Da kommt eine Schrotflinte! Wo denn? Ach so, falls sich jetzt viele fragen, warum ich nicht genau weiß, wo die Tasten sind, oder die Grammaten-Mods nicht umschalte, das liegt halt daran, dass ich nicht weiß, wo die Tasten sind. Da steht zwar immer so eine Taste, aber das ist... Oh, ne, nicht schon wieder Musik. Egal, das ist von meinem Exportkonto, den ich ja meinen PC angeschlossen habe. Unterwegs! Pass auf, da kommt so ein Verrückter mit einem Messer! Geht das im Vormarsch? Da kommt der Zwei-Team, auf zwölf! Zwei-Zwei-Neutralisiert! Schrotflinte im Anmarsch! Sie bewegen sich! Fallt ohne Deckung! Ja. Der Pank war einfach. Scharfschütze, linker Balkon! Ziel am Boden! Vorsicht, die kommen von überall! Gut, ey! Gut, ey! Ich mache einen Präzisionsschuss auf mein Ziel! Sie ist tot! Verdammt, der Pank viel überprüft! Scheiße! Sie ist tot! Sie ist tot! Feind ohne Deckung! Wir stecken fest, scheiß Sie alles um! Ja, doch, seid wachsam! Er heißt uns jetzt wirklich scheiße. Feind bewegt sich! Augen auf! Feind mit Schrotflinte! Achtung, Feind! Bedrohung eliminiert! Hab ein! Feind, Katastetikung! Heind, Katastetik! Heind, Katastetik! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Oh mein Gott! Scheiße! jetzt wir müssen daniels finden bevor die 33 beschließt dass er die mühe nicht wert ist jetzt hab ich so ein dickes Wahrscheinlich ist das aber total unpräzise. So. Wo geht's hin? Ah, die haben sich selbst geschossen. Ja, das war mal ein schöner Pool. Oh, wie geil. So eine komplett aus Glas durchsichtige... Oh, wie geil. So einen Pool hätte ich auch gerne. Muss ich ehrlich sagen. Kommt durch das Gebäude. Werden die 33er nicht als Helden angesehen? Die Folter wirkt ein bisschen heftig. Ah, wenn dieser Radiotyp das Sagen hat, ist alles möglich. Wie kommst du drauf? Ich glaub, ich kenn ihn sogar. In Kabul reiste ein Reporter mit der 33. Schräger Typ, die Sorte, mit der man sich nicht gern anlegt. Ich hab nie mit ihm geredet. Aber der Colonel vertraute ihm blind. Kann nie dahinter wieso. Aber es scheint, sein Vertrauen hat sich ausgezahlt. Und wieso denkst du, das ist derselbe Typ? Seine Stimme. So eine Stimme vergisst man nicht. Das Signal ist noch schwach. Wir müssen weiter runter. Ich fühle mich hier etwas unsicher, muss ich ehrlich sagen. Sehr unsicher sogar. Suchen wir den Ausgang. Da ist der Tür. Da geht's wohl raus. Äh... Wie gesagt. Oh mein Gott. Okay, so kommt man auch runter. Ähm... Ja. Äh... Äh... Ja, wird ja immer besser. Okay, ich brauch schnell ein Gewehr. Da liegt eins. Such deine Deckung! Ich brauch schnell ein Gewehr. Das ist der Fall. Ich brauch's mir nicht. Ich brauch's dir. Ich brauch's mir nicht. Ich brauch's mir nicht. Ich brauch's mir. Ja! Alles okay? Hört es sich so an! Schwingt euch hier runter! Verdammter Hund! Wird gemacht! Wir brauchen Verstattung! Nein! Habt noch Verluste! Das ist unmöglich! Wir erleichtern ihre Verluste! Ich brauche Deckung! Ich brauche Hilfe! Verdammter Hund! Geht in Deckung! Ihr habt Verluste! Gebt mir Deckung ihr Trainer! Ich hab einen! Ich hab einen! Da! Feuer! Feuer! Wir sterben hier wie gegründet! Schwerst aus und nicht im Volk-Team! Bravo allein! Wir sind unterwegs! Drückt fort! Weg abschneidern! Direkt eurem Kanzler! Find sich ein! Wir haben einen Befehl! Sie sind auf einer Fläche! Bravo! Da! Oh mein Gott! Acht! Das ist scheinbar! Wir haben die Fläche! Schmerz! Ich sehe absolut nichts hier unten! Adam Zlook übersteckt ihr verdammt! Ich bin von Sorgfält nicht zielen! Der Befehl ist klar, ausrückwärts. Geh da, los! 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 Bewegung! Bewegung! Erschreitze! Nach rechts verlegen! Verpflege Ruhr! Ich bin bereit! Das ist ein Befehl! Da kommt die Kamera noch nicht! Achso, das war jetzt Kapitel 6, die Gruppe. Was ist das? Achso, das ist unsere. Gut. Sehr schön. Da! Schön, Schalldämpfer drauf und weiter geht's. Wo bleibt ihr denn so lang? Der Aufzug war hin, wir mussten zu Fuß gehen. Welcher Zeitpunkt, Sergeant. Was? Schon okay, Adams. Mir fehlt auch nichts. Kein Grund zur Aufregung. Ich weiß, ich weiß. Hast du das Signal, Lugo? Ja, ganz nah. Dann mal los! Okay. Dann kommen wir nicht vorbei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn man Granate wirft, wirbelt das ja eine Menge Stop auf. Wir sind ein paar Versprengte! Erledigt sie bevor sie Alarm schlagen! Tango erledigt! Sie wird nervös! Ich komm nicht weg! Ich komm nicht weg! Ich bin weg! Feind über uns! Scheiße, ein hinterher! Vorsicht! Schrutzelt die Wandmarsch! Tango erledigt! Eik! Tango erledigt! KASTELCH! SOR È AL AMO! Oh nein. Keine Ahnung! Perfekt. HAP EIN! Werksi, wo müssen wir hin? Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's Nein, 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 doch nach, doch nach Wir müssen in Deckung gehen Ich bin in Deckung Ah Mist, Feuer, 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 verdammt Verdraung eliminiert Zackgasse, Adams, mach die Tür auf Alles klar, warte nach Das habe ich nochmal als zweite Waffe Scheiße, was ist denn? Endliche Gegner von hinten Wir sitzen in der Falle Walker, da ist ein MG Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache Kein Problem Wir haben sie Vorrücken, los, los Ich kann dir helfen, Boss, nenn mir ein Ziel Walker, wir sind tot, wenn du nicht ans MG gehst